Hallo zusammen zur zweiten Serie des Community Clubs dieser Woche mit Silco und TT Player 31. Habe ich, glaube ich, mit beiden noch nicht gespielt. So, einen Blick. So, erste Liste lief ja nicht so besonders gut, leider. Vielleicht wird es jetzt ein wenig besser. Sieher reizen natürlich gang. Anhand kann man auch spielen, aber ich gucke lieber rein. Ist nicht so schlecht für, lassen einfach mal alle Stärken oben. Mit dem Aufspiel komme ich auch mit dem Buben weiter. Auch gut. Jetzt haben wir sogar noch eine sehr gute Schneiderschein. Der wird abgestochen, was er wirrt. Warum nicht? Na, da waren die Farben doch relativ pressverteilt. Bitte schauen Sie bitte, gut! Aber jetzt sind das sehr wichtig. Werden wir am白Salen? Der Versug in die Master. Karte, hier ... Maaste, meine Gehäune ... Bine ADHD ... Warte, deinmließen ... Was spielen wir denn hier an, ey? Ich habe schon befürchtet, dass Silco da nicht irgendwie mit der 10 steigen wird. Gleich hat TT Player noch 3 Herz in der Karte, Glück noch eine Schwäche dort. Und die 10. 77, schön. Schöner Score. Was war es, ohne 5? Oder was? Nein, nicht. Ich muss ja den Gang spielen. Nicht so schön. Herzschneider ist aber schwieriger, denke ich. 3, 2, 1, 2, 1. Jetzt wird es wieder ein Aufmerksam. Die Frau, die Frau, die Frau, die du bist, alle Räume oder Räume gerät. ja müssen wir jetzt Jagd auf na wir kriegen die Kreuz 10 aber wird es reichen ist die Frage naja ich wollte ja auch nicht krank spielen eigentlich und wer ist er wahrscheinlich 100 prozentig sicher achso wir müssen überlegen wir können alles falsch und alles richtig machen oder beide Farben stehen zu viel dann kann man nur alles falsch machen das war also ja 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 26 und und wenn ich unter so wenig voll in der karte mensch schade wobei selbst wenn ich vollen stadtelahme gehabt hätte jetzt nicht gereicht ja 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 Ruf gelaufen Oh je 7 Trümpfer Ne, hat er Spekuliert erfolgt 6 Trümpfer 2 Ist egal 2 Peak und 2, nicht 2 K 3 2 3 3 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 8 8 8 9 10 5 6 10 10 12 16 15 16 das war hilfreich das war wichtig auch dass die 10 da sitzt war wichtig aber trotzdem 60 meine güte er kann ja auch kein spiel gewinnen 60 zweimal 60 hier reizte ich nur noch wer es hat funktioniert und ich sind jetzt nicht alle 5 herz dagegen um Vielen Dank. So. So. Tja, die Karte lässt jetzt ein bisschen nach, aber auch ärgerlich da für eine Spieler auf 60. So. 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 Komm, einfach mal das Ass. Oldschool. Ja, alles maximal entspannt. Könnte ich auch mal einen Legelangang spielen. Gute Schneiderchancen. Ja, man kann es hier machen. Manchmal falsch. Ja, jetzt war es gut, weil ich nicht dran konnte. Ich glaube aber, grundsätzlich ist es wahrscheinlich ein bisschen stärker, denn KOS. Mittlerhand nur, aber ich reize trotzdem mal 30. Ich glaube, ich drücke 13, weil es ein 6 Trümpfer ist. Da will ich am Ende nicht. Unnötig. Da hätte ich natürlich lieber anders gedrückt. Oder auch nicht. Wie sieht denn da die Karte? Und... Na, jetzt will ich die 10 Leggeran, Legger. Wird da noch weitere Chaos da? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Ja. Ich glaube, wir können wieder nicht gewinnen. Nein. Kommen wir leider nicht. Den König aus Bild wird jetzt immer festgehalten. Das ist gar kein Bild mehr draußen. Achso, dann gewinne ich doch. Ich habe meine Augen nicht mitgezählt. Ich hatte nur bei denen 55 gezählt. Dann gewinne ich doch. Das ist ja ein Ding. Schade. aber im ass gestochen hat taure ich denn mal der weiß schon was er der vier jahre Ich habe die Zähne sogar noch gedrückt. Ich reize den jetzt auf gerade, glaube ich. Silko, so viele Punkte. Hat selber denn gar nichts zu sein. Na gut. Hm. Danke für dich. Danke, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah ja, sieben Trümpfe. Oh, ich wollte eigentlich die Dame spielen. Aber das macht auch keinen Unterschied. Das könnte geholfen haben bei dem sonst sehr schwachen Spiel. Es sei denn, es kommt jetzt der Abstich. Wo kommt der nicht? Da reinsteht es vorbei, glaube ich. Aber war schwer für ihn. Er hat die letzten zwei Trümpfe. Kann ich schon verstehen, dass man da nicht reinstechen will unbedingt. Da hätte Silco dann lieber die Farbe gewechselt. Und es ist ihm leichter gemacht. Na, war doch Karo. Hätte auch Karo sein können, aber habe ich falsch gehalten. Na, ist wieder eine nicht so tolle Runde für mich hier. Da war ich hier. So lang. Ja, bei Passe, Passe gehe ich rein. Die Liste ist sowieso nicht mehr zu retten. Das habe ich allerdings auch besonders nicht gut gemacht. Oh je, der 6 Trümpfer im Herz ist, finde ich, trotzdem noch stärker als den 5 Trümpfer. Aber insgesamt schon sehr schwach. Ich muss hier schon hoffen, dass übernommen wird mit dem Buben. Das wird es aber nicht. Kriegvoller reingehen. Dann habe ich noch eine Chance. Okay. Wir haben tatsächlich noch gewonnen. Ich bin ein frob, das wird sehr schwach. Ich wünsch euch noch übernehmen. Thanks. Vielen Dank. Vielen Dank. Schöne Spiele hier so unterwegs am Tisch. Nur bei mir nicht so sehr. Schöne Spiele hier so. Schöne Spiele hier so. Schöne Spiele here. Dann nicht. Beide ein schönes Ergebnis. Fangen wir das mal so. Oh je. Da gibt es schon Sinn der Zug. Auch wenn es nicht der war, den ich mir gewünscht habe. Na gut. GW an Beide war nicht die beste Leistung von mir. Wir sehen uns wieder im nächsten Video des Community Clubs. Macht's gut. Oder jedem anderen Livestream auch.